Wenn eine Generation jemals die Chance gehabt hat, diese Welt zu verändern, dann sind das wir! Die Zukunft liegt vor ihnen. Was soll das heißen, die mit Apfel und Speck sind aus, kleines Miststück? Die Realität sieht anders aus. Kein Hundefutter ist so gesund, nimm doch einen Happen. Ihr Engagement ist grenzenlos. Wenn es ums Geld verdienen geht, sind wir alle komplett aufgeschmissen. Aber was das Leben an sich angeht, ist keiner von meinen Freunden unterbeschäftigt. Underemployed. Ab nächster Woche immer Samstag und Sonntag um 22.20 Uhr. Neu bei Nick Knight.